Hi, ich bin Tico Stolzenberger und ich trete für die Piraten Dresden zur Kommunalwahl im Wahlkreis 9, also Südvorstadt Plauen, für den Stadtrat als auch für den Stadtbezirksbeirat an. Dem Dresdner Stadtrat mangelt es schlichtweg an Personen, die die Interessen von jungen Leuten repräsentieren. Viele schreiben sich auf die Fahne, selbst zur Jugend zu gehören oder die Bedürfnisse und Wünsche von uns jungen Leuten in der Stadtpolitik zu kommunizieren. Doch niemand tut es, zumindest nicht nur im Ausmaß, was wir junge Leute eigentlich erwarten. Und genau da möchte ich angreifen. Als Student und als junger Mensch möchte ich im Stadtrat die Stimme für die Themen sein, die uns beschäftigen. Zu hohe Mieten, mangelnde Mobilität mit dem ÖPNV oder mit dem Rat, fehlende Freiräume für Kultur und Entfaltung, Diskriminierung. Und wenn das Dinge sind, die euch auch beschäftigen, dann könnt ihr am 9. Juli zur Kommunalwahl das linkeste, progressivste und ökologischste wählen, was ihr auf dem Wahlzettel finden werdet, und zwar entweder mich hier in der Südvorstadt oder die anderen PiratInnen in den anderen Wahlkreisen. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann checkt die Wahlprogramme, aber ich kann euch versprechen, wir stehen zu unserem Wort, wir sind konsequent und mit uns gibt es keine falschen Kompromisse, denn es geht schließlich um unsere Zukunft. Am 9. Juni Piraten wählen!